Ja moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Star Wars Battlefront. Es geht weiter, die Schlacht auf Endor und ja, wir werden wieder in unserer Rebellen-Outfit schlüpfen, gefällt mir eigentlich besser. Und hier können wir diese ganzen komischen Figuren, Elefanten und Oktopusse und so können wir dann abballern. Nichts gegen Oktopusse und Elefanten, aber mir gefällt es besser, wenn wir hier selber hier vorne sind. So, Sperrfeuer, das hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen und dann wollen wir mal gucken, wie das Level hier im Wald aussieht. Ach, in der Basis. Okay, kleine Map. Da hat man sicherlich mit Palpatine ein leichtes Spiel. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Okay, man kann auch raus. Was? Wo denn? Ach, von uns schießen die da? Was ich halt nur doof finde, ist das mit dem Einsammeln, ne? Das ist ein bisschen lästig. Taktisch macht das vielleicht Sinn, dass das eine nette Idee ist, aber ich finde es doch ein bisschen lästig. Oh, das müsste ja die Basis hier vom Feind sein, ne? So, umschießen, hinlaufen und aufsammeln. Äh. Und während... Alter. Und während man das macht... Kann man schön abgeschossen werden, weil alle darauf lauern, dass da irgendein Trottel nicht jetzt den Coin holen, den Token holt. Und dann ballert man den einfach ab. Fertig. Das wird wahrscheinlich ein Mittel sein. Oh, fuck. Ah, geiles Ding. So, das ist eine ganz nette Fertigkeit, dass die einen dann rot umrandet, angezeigt werden. Nix. Hier geht's rein. Alter, hat der auf zu nerven, oder was? Oh, fuck, oh, fuck, alles voll. Ach, komm schon. Jetzt muss ich mal gucken. War das hier? Glaub schon, ne? Oder nicht? Ne. Auf der anderen Seite, glaube ich. Okay. Auf der anderen Seite, glaube ich. Na, wo sind wir jetzt? Zum Teufel. Vor, war's, war's, war's. Aha. Ah, ich überlebt. Alter. So, die würde ich jetzt gerne einsammeln in Ruhe. So, das waren noch nicht alle. So, ich warte auf dich. Das zweite Mal draufgegangen. So, ich warte auf dich. 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 Na, wo ist er? So, wenn das mal kein Fetter war. Ganz genau, der hat nämlich ein bisschen mehr ausgehalten. Ach, Mensch, ey. 51, 20. Aber wenn die das hier einsammeln, was wir da fallen gelassen haben, dann haben die erstmal wieder ein bisschen aufgeholt. Oh, fuck. Oh. Boah, 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 Boah! Ah, ich war doch hinterm Baum! Man! Boah, ist die doof oder mutig oder beides zugleich? Boah, wie sie übertreiben und jetzt haben wir da zwei fette zehn Münzen, die da rumliegen oder zehn Pünktchen. Ganz genau. So, da ist wieder der Arsch. Das gibt's doch nicht, ey. Was da rumliegt jetzt? Boah, der ist schon wieder! Leckt mich am Arsch, ey. Und es wäre ganz toll, wenn die Computer diese scheiß Tokens auch mal mit einsammeln würden. So, wieder so ein Typ. Ah! Aber 35 Punkte Vorsprung... ...sollte reichen. Meine Fresse nochmal! So, ach Mist! Da ist gerade einer von den Tokens verschwunden. Das wäre der letzte gewesen, den wir brauchen. Da sind zwei von den Special Typen. So, nehmen wir lieber einen von den einfacheren. Boah! Das war übel. Auf der Map ist man mit Boba Fett wahrscheinlich richtig gut. Wobei, hier bündelt es sich auch alles irgendwie so ein bisschen in der Mitte. Gut. Dann würde ich sagen, geht's weiter. Wieder auf Endor als Held. Und dann gucken wir mal. Ja, ich glaube, ich würde auch ihn hier nehmen. Nochmal Palpatine. Palpatine. Oder wir können auch mal gucken. Was haben wir hier? Skywalker. Schulterangriff. Glückstreffer. Versorgung. Ach, der ist eigentlich schon ziemlich cool. Also, der ist nicht hübsch, aber er hat Fertigkeiten. So, ab zum Feind. So, und jetzt werden wir sie dominieren. So, und jetzt werden wir sie dominieren. Was soll die Scheiße? Wer schießt da auf mich? So, was soll das hier jetzt schon wieder sein? Was soll die Scheiße? So, das kommt aber wieder so ein bisschen schwer in die Gänge hier. Zwei Gegner gesehen direkt am Anfang und seitdem keiner mehr. Feinde, wo seid ihr? So, ich höre was. Das ist das Geile, ne? Das ist das Geile, ne? Auflädt. So. 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 Hier ist nie was los. Tja, meine Güte. Das geht ja richtig ab hier. Na, endlich sind da mal welche. Die Hülle wird übrig bleiben. So. So. Den Punkt müssen wir verteidigen. Die Hülle ist, glaube ich, ist sogar schon weg. So, aber jetzt haben wir auch wenigstens mal ein bisschen häufiger mal Feindkontakt. Oh, was ist das hier? Ja. Nehmen wir mit. Ist uns da ein Blitz ausgerutscht oder was? Deine Unverfohlenheit kommt nicht teuer zu stehen. So. Umso mehr, desto besser. Umso mehr, desto besser. Ich werde euch alle vernichten. Alle. Benutzt das gegen diese Massen. So. Sammeln wir alles schön ein. 81 zu 0. Da brennt wohl nichts mehr an. Wasser tricklar. Was wird euch weniger machen? Oh, ich kriege es wieder braucht. 我也 mit. Ich kriege es wieder. Ist das ouais? I teenager? Ich be nerve bottleneck! Es sind die Möglichkeit, wenn du dich runterQUELL plugieren. Und dann ist das an die Last. nochmal auf 100 und dann ja 100 zu 0 war glaube ich der letzte stand das ist doch ganz vernünftig gelaufen also der ist ziemlich op vor allem hält er so viel aus das ist schon ziemlich cool so gibt aber trotzdem nur 250 punkte aber das ist mir völlig wurst so ja und dann würde ich sagen nächste folge geht es dann weiter mit so lust und ja da sehen wir uns dann wieder leute macht's gut bis dann und danach dann halt überleben und dann geht's in den online modus also macht's gut bis dann so